Hi, im Herbst Willkommen zu meinem ersten Vlog. Ja, heute ist Halloween, deswegen fahren wir nach Haslov zu dem Holiday Park. Zu der Horror Night heißt das glaube ich, ne? Horror Night. Wie? Horror Night. Horror Night. Irgendwie jedenfalls fahren wir da hin. Und das hatten wir letztes Jahr schon vor, haben es aber leider nicht geschafft, weil wir keine Karten mehr bekommen wollen, kurzfristig. Und ja, deswegen gehen wir dieses Jahr. Ich gehe mit meiner Familie auf Freiburg-Fahrt. Ich habe mir hier auch ne kleine Narbe geschminkt. Ne kleine Narbe. Ähm, ja, sonst ein großartiges Make-up-Wald-Fahrt. Meine Schwester war grad hinten, meine Schleckerin, die Haare noch kurz auslesen. Ansonsten fahren wir grad da hin und sehen uns dort. So, wir haben jetzt endlich einen Parkplatz gefunden und sind angekommen. Oh, wie schön das hier einfach ist. Oh mein Gott, da sind schon welche für Kleider vergruselig. Ich komm mal ab. So, ich vlog jetzt weiter, Leute. Hi. Hi. Das ist meine liebe, liebe Schwägerin. Und mein Bruder hinten. Und wir laufen jetzt zum Park. Ja. Ja. Da sind wir. Da ist Jacqueline. Da ist mein andere Schwester. Und da kommt dann die andere. Und da kommt dann die andere. Leute, guck mal, wie gruselig. Da hinten hat die Hände. Hier. Da ist mein Bruder. Na, das ist mein Bruder. Ich hab's kurz vorbeisch. Hi. 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 Wer hat halt hinten? Nein, doch mal kaputt? Schnell, auch schnell. Und Jacqueline? Das ist aber ein Schleifman. Ja. Und dann, äh, was? Hat einfach nicht die Schleifman. Und dann, äh, was? Ich hab einfach nicht die Schleifman. Ja. Ich hab nicht die Schleifman. Deine Schleifman. Aber das sieht auch sehr richtig. Und diese Tutorial findet ihr auch auf ihrer Seite. Ja. Ja. Einschmutzung. Super fresh. Super fresh. Super fresh. Nicht überfahren werden. Ich hab ihr lieben gerettet. Schakusierig. Es ist süß. Ihr seid doch so fest, alle. Okay. So, wir laufen jetzt dahin. Und Lede und Teufel später. Ja. So, Ren, hast du Zeit, waubi sie auf��igen? Gut los. Wir verkleiden die Gäste. Wir müssen regeln. Guck�, ich bin bereit, endlich. Hi! We'll see you next time. 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 Tschüss. Tschüss.